Anne Goldberg. Only one letter. Gelesen von Emilia Weinhardt. Erschienen bei Lübbe Audio. Anfänge sind schwierig. Womit leitet man sowas ein? Hallo Nate? Lieber Nate? Nur Nate? Du sitzt neben mir im Flugzeug auf dem Weg nach Hause und schläfst. Das macht jede dieser Anreden ziemlich merkwürdig. Also lasse ich sie einfach weg, okay? Ich habe im Januar damit angefangen, das hier aufzuschreiben. Die Angst vor dem Moment, an dem du wieder aus meinem Leben verschwinden würdest, war so groß geworden, dass ich etwas tun musste, um dich festzuhalten. Also habe ich damit begonnen, die Erinnerungen aufzuschreiben, von denen ich sicher war, dass ich sie brauchen werde, sobald du mich mit ihnen zurücklässt. Mittlerweile bin ich froh, dass ich im Januar die ersten zwei Seiten aufgespart habe. Denn ich denke, dass du diese Texte dringender brauchst als ich. Ein kleines Sammelsurium aus Momenten, die dich ausmachen. Es sind nur ein paar. Und sie sind zugegebenermaßen auch etwas voreingenommen. Sieh es mir nach. Betrachte es einfach als dein persönliches Logbuch, in dem deine erste Zeit in London aufgezeichnet ist. Das macht es vielleicht etwas weniger staatstragend. Und, Nate, eine Bitte. Ich spiele erst seit kurzem mit dem Gedanken, dir diese Notizbücher zum Lesen zu geben. Sie waren eigentlich nur für meine Augen bestimmt. Es wäre lieb, wenn du das berücksichtigen könntest, ehe du die eine oder andere getroffene Äußerung gegen mich verwendest. Du weißt, ich würde es dir heimzahlen. Und da Abschlussformeln angesichts deiner Anwesenheit mindestens genauso merkwürdig sind wie eine Begrüßung, belasse ich es dabei. In Ordnung? Liss Kapitel 1 Nates Logbuch Erster Eintrag Unsere Geschichte Es war der 28. September 2018, der mir das hier eingebrockt hat. Der und meine bedingungslose Bereitschaft, den standesgemäßen Aufgaben als Ambers beste Freundin nachzukommen. Knapp vier Wochen vorher hatte ich ihr versprochen, der großen Begrüßungsfeier beizuwohnen. Willkommen in England und in unserer WG. Was ich wusste, als ich an der Tür von Ambers WG klingelte, waren exakt fünf Dinge. Erstens, Benjamin und Richard waren beide für ein Auslandsjahr ausgezogen. Zweitens, ich war unsicher, wie gut Amber mit einer Fernbeziehung zu Ben zurechtkommen würde. Drittens, zwei neue Mitbewohner waren frisch eingezogen. Beide ebenfalls für ein Jahr. Viertens, die WG beherbergte nun also einen Amerikaner und einen schönen Schweden. Fünftens, und ich hatte wirklich keine Lust, durch diese Tür zu treten. Viel lieber wollte ich mit Amber Eis essen und mich betrinken und alle Klischees erfüllen, die sich eben anboten, wenn die beste und älteste Freundin einem Mann nachweinte. Liebend gern hätte ich ihr Mut zugesprochen, dass ein Jahr gar nicht so lang wäre oder ihr einen Stripper bestellt. Mir war beides recht. Stattdessen kam ich meinem Versprechen nach, an dieser Party teilzunehmen. Ein riesiger Typ, den ich noch nie gesehen hatte, öffnete mir die Tür. Sofort zeigte mein Gesicht das perfekte, unermüdliche Gastronomie-Lächeln. Eine Berufskrankheit, wenn man so will. Ebenso gut hätte ich ein Plakat vor mir hertragen können. Hi, ich gehöre zu Amber und bin öfter hier. Also musst du nett zu mir sein, wer auch immer du bist. Adam, beantwortete der Hühne die unausgesprochene Frage, grinste breit und reichte mir seine Hand. Ich gehöre zu Nades Projektgruppe. Ich hatte noch keine Ahnung, wer besagte Nate sein sollte. Entsprechend wenig Aufmerksamkeit schenkte ich seine Erwähnung. Stattdessen nickte ich einfach, mummelte, freut mich und fragte nach meiner Freundin. Küche, antwortete dieser Adam. Das ist den Flur entlang, die dritte Tür. Ich weiß, unterbrach ich ihn, ich bin öfter hier. Etwas ungelenk hob ich die Tüte an, die ich dabei hatte. Und hab noch was fürs Buffet. Das Zauberwort. Nach wie vor grinsend trat Adam beiseite und lud mich mit einer ausladenden Geste in die Wohnung ein. Herzlich willkommen. Ich schenkte ihm ein Schmunzeln und huschte an ihm vorbei, zur dritten Tür links. Ich stieß sie auf und verkündete meine Anwesenheit mit einem umfassenden Schuldeingeständnis. Ich weiß, ich bin zu spät. Schritt zwei war die Wiedergutmachung. Aber ich habe Reste dabei. Es gab genau zwei Menschen in diesem Raum, die auf diese Aussage mit der gebührlichen Begeisterung reagierten. Eine kleine, zierliche Person mit violetten Haaren und einer lauten Stimme und ein stämmiger, dunkelblonder Kerl mit markanter Brille, die seinem Gesicht mehr Arroganz verlieh, als sein Charakter eigentlich zur Verfügung hatte. Ich begrüßte meine Freundin und Logan, den loyalsten ihrer Wohnungsgenossen, mit einer kurzen Umarmung und schaffte es gerade noch, die Tüte mit meinen Mitbringseln auf dem Küchentresen abzustellen, ehe Amber mich zu den mir unbekannten Anwesenden zog, um mich ihnen vorzustellen. »Liz, das sind Harriet, Sophia und Mats«, ich winkte einmal in die Runde und schenkte jedem ein individuelles Lächeln, zuletzt dem Mann, der unverkennbar der angekündigte »schöne Schwede« sein musste. Das hellblonde Haar und die klassische skandinavische Sommerbräune verrieten ihn noch deutlicher als sein Akzent. Hinzu kamen ein paar strahlender, hellbraune Augen in einem markanten Gesicht, das auf einem perfekt gebauten Oberkörper thronte. All das in Summe unterstrich das Attribut, das Amber ihm am Telefon verpasst hatte. Meiner Meinung nach war »schön« etwas zu harmlos für das Bild, das ich mir bot, doch ich wollte nicht kleinlich sein. »Liz ist meine beste Freundin und quasi Stammgast hier, und was sie so frevelhaft als Reste bezeichnet«, sie deutete hinter uns, wo Logan bereits dabei war, die mitgebrachten Schachteln zu öffnen, »ist das beste Essen, was hier irgendwer zu Gesicht bekommt, ohne dass ein Lieferservice gerufen wird. Es sei denn, du oder Nate könnt kochen.« Diese Bemerkung hatte sie an den Schweden gerichtet, der mit einem schuldbewussten und auffallend attraktiven Grinsen den Kopf schüttelte. Mit nichts anderem hatte ich gerechnet. Nicht ohne Grund waren die Pausensnacks hier sehr beliebt, die wir im Hotel unseren Tagungsteilnehmern und Veranstaltungsgästen anboten. Amber schnappte sich zwei der Pies und zog mich mit sich aus der Küche. »Ich stelle dir noch den Rest vor«, sie sagte das ein bisschen zu laut, was ihr oft passierte, wenn sie mehr meinte, als sie sagte. Und tatsächlich enttarnte sie ihre Worte als Vorband, kaum dass wir die Küche verlassen hatten. Wir liefen gerade drei Schritte weit und blieben im Türrahmen zu ihrem Zimmer stehen. Dass wir das Zimmer nicht betraten und die Tür hinter uns schlossen, ließ mich immerhin davon ausgehen, dass sie mir nichts mitzuteilen hatte, was große Dramen oder Tränen bedeutete. »Kurze Instruktion«, flüsterte sie mir zu. »Logan hat eine neue. Und er sagte, wir sollen nett sein.« Ich raunte mit all der notwendigen Ehrfurcht, die diese Aufforderung verlangte. »Das ist neu. Zu ihm oder zu ihr?« Ich war ehrlich neugierig, welches neue Level wir hier erreichten, wenn Logan eine solche Bitte vorausschickte. Wir kannten ihn, wenn er verliebt war. Jede 14-Jährige konnte sich eine Menge von ihm abgucken. Es war also nahezu unmöglich, sich nicht darüber zu amüsieren. »Das hat er nicht genauer eingegrenzt«, meinte Amber. Und ich erkannte das leichte, vielleicht etwas teuflische Schmunzeln auf ihrem Gesicht. Aber es schien ihm wichtig zu sein. Vielleicht lassen wir sie in Ruhe. Logan allerdings, der kann das ab. Weswegen ich dich eigentlich... Oh, hey! Sofort erschien das übertriebene Lächeln einer Ertappten auf ihrem Gesicht, und sie schenkte es einem Punkt hinter meiner rechten Schulter. Ich wandte mich um und sah nicht wie befürchtet Logan, sondern einen weiteren Fremden, hochgewachsen, schlank und mit einem überraschten Blick aus zwei blauen Augen. Er sah aus wie ein Zehnjähriger, der sich unbehelligt aus der Schule schleichen wollte und nun doch vom Direktor ertappt worden war. Nicht einmal sein Dreitagebart konnte ihn vor diesem Vergleich bewahren. Und ich freute mich schon jetzt darauf, ihn irgendwann wütend zu sehen.